Viel Spaß in einem neuen Abenteuer mit Bibi. Alle 777 Jahre trifft sich eine Gemeinschaft aus mindestens drei Hexen, um alle jemals unvollständig ausgesprochenen oder verbotenen Hexsprüche in einer Hexenkugel zu bannen. Wird dieser komplizierte und sehr alte Spruch, falsch oder nicht rechtzeitig gehext, werden alle jemals ausgesprochenen falschen Hexsprüche befreit und niemand ist mehr vor den wild gewordenen Hexereien sicher. Wenn das geschieht, können sie zwar von jeder Hexe rückgängig gemacht werden, das kostet aber eine Menge Hexkraft. Ene Mene ungezogen, falsch gesprochen, dreist gelungen. Ene Mene Hexereien, alle in der Kugel seien. Am Hexen da, was sagst du denn da? Ah, bin ich müde. Ich werde erst mal frühstücken. Papi ist schon arbeiten. Wo ist eigentlich Mami? Mami? Komisch. Was ist denn mit Mami los? Ob ich die Kerze mitnehme? Vielleicht brauche ich die noch. Igitt! Mami's Eidechsenzehenbonbons. Aber sie wirken. Ich darf nur nicht zu viele davon essen. Ob ich die Streichhölzer mitnehme? Gut, die nehme ich mit. Hier steht, die jungen Hexen Bibi Blocksberg, Schubia Wanzhaar und Flauipaui sollen unverzüglich zu meinem Haus kommen. Manja. Den nehme ich lieber mit. Ich werde mal ins Hexenlabor gehen. Mami ist nicht da. Wasser. Die Grundlage für jeden Hextrank. Hier kannst du alles sehen. Ein Kerzenstummel. Ich glaube, das ist richtig so. Das ist Bibis Hexenbuch. Um zu hexen, benötigt sie diese... Ene mene Semmelkloß, zeig, was ist mit Mami los. Hex, hex! Das geht leider nicht, Bibilein. Finde zuerst einen Hexenspiegel. Dann kann ich dir weiterhelfen. Was ist ein Hexenspiegel? Das musst du selbst herauskuchen. Aber beile dich! Mami! Streichhölzer. Kartoffelbrei. Ene mene Fledermaus, fliege schnell zu Manjas Haus. Hex, hex! Hex, hex! Was ist denn das? Auweia! Hört sich an wie einer von diesen wild gewordenen Hexsprüchen. Sie sieht aus, als würde sie nach etwas greifen. Das ist Baldrian! Was mache ich jetzt mit dir? Komm mit zu Mami, Baldrian! Super! Bibi, die Brille von Tante Amanda. Ob ich sie mitnehme? Die nehme ich mit. Tante Amandas Brille. Willst du wirklich in den dunklen Wald gehen, Bibi? Na klar! Ein See! Hier im Wald? So eine spiegelglatte Oberfläche. Willst du noch tiefer in den Wald? Ja, los! Komm mit! Wir stehen ja nur Bäume. Die kann man pflücken. Super! Die können wir gebrauchen. Pfingstrosen. Prima für einen Hextrank. Klasse! Aber sie helfen. Komm, wir müssen weiter. Ein guter Landeplatz. Ene, mene, saus und braus. Kartoffelbrei, bring mich nach Haus. Hex, hex! Hex! Ich werde mal ins Hexenlabor gehen. Tollkirsche. Das sieht ziemlich gut aus. Pfingstrosenblüten. Ja, das ist richtig! Streichhölzer. Klappt ja! Prima! Ein Flaschenkorken. Jetzt kann ich sie mitnehmen. Jetzt kann ich sie mitnehmen. Kartoffelbrei Ene mene Fledermaus Fliege schnell zu Manjas Haus Hex, Hex Willst du wirklich in den dunklen Wald gehen, Bibi? Na klar! Willst du noch tiefer in den Wald? Ja los, komm mit! Aber sie helfen! Der Hex trank! Bibi! Ene mene Glas und Tiegel, du wirst jetzt zum Hexenspiegel. Hex, Hex! Mami! Baby, toll, dass du das geschafft hast. Pass auf, wir sind von einem freigelassenen Hexspruch versteinert worden. Du musst den Super-Hexspruch finden. Den Super-Hexspruch? Ja! Er muss irgendwo in Manias Haus sein. Mami! Jetzt ist sie weg. Komm, wir suchen jetzt den Super-Hexspruch. Das war doch... Kawakasi! So ein blöder Mist! Willst du noch tiefer in den Wald? Ja, los, komm mit! Ich geht! Aber sie helfen! Komm, wir müssen weiter! So ein blöder, blöder Mist! Hallo Blocksberg! Ey, Blumenpott! Das Ding ist einfach abgestürzt! Können wir dir helfen? Ey, Mann, da fehlt ja die Hälfte! Nichts zu sehen! Willst du wirklich zurück, Bibi? Komm schon, Flaui-Paui! Ich bleibe lieber hier bei Kawakasi! Gut! Wir schauen uns für dich mal um! Bis später! Das gehört doch zu Kawakasi! Den könnten wir mitnehmen! Komm, wir müssen weiter! So ein blöder, blöder Mist! Der Ausbruch von Kawakasi! Superklasse, Blocksberg! Danke! Ist noch was? Mami, Tante Manja und Tante Amanda sind verhext worden! Genau! Und jetzt suchen wir den Superhex-Spruch! Leider ist Tante Manjas Haus völlig eingewachsen! Eingewachsen? Das dürfte gegen das Unkraut helfen! Was ist das? Wurzelpulver aus Tante Manjas Unterricht! Hast du mal wieder gepennt, Blumenpott? Können wir das mitnehmen? Bibi, ich weiß den Spruch wieder! Toll! Ich dreh erst mal eine Runde! Testflug! Aber du sollst doch auch zu Manjas Haus kommen! Später, Blocksberg! Später! Aber wir brauchen dich doch! Ich kann wieder, wenn das Unkraut weg ist! Willst du wirklich zurück, Bibi? Komm schon, Flaui Paui! Komm schon, Flaui Paui! Sollen wir jetzt wirklich zurückgehen? Na klar! Komm mit! Schubias Wurzelpulver! Weißt du den Spruch jetzt? Ene mene Haferbrei? Pflanzen gebt den Eingang frei! Hex, Hex! Schubias Wurzelpulver! Es klappt, Flaui Paui! Super! Willst du wirklich da reingehen? Na klar! Der Superhex-Spruch ist doch da drin! Ene mene Schabernacke! Hörst dich an? Wie Nachbars Dackel! Guck! 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 Schubias Wurzelpulver! Guck! 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 Verschlossen! Ene mene eingetroffen? Diese Türe ist jetzt offen! Hex, Hex! Ich geh da jetzt rein! Tante Manias Amulett? Ich könnte es mitnehmen! Das nehme ich mit! Du meine Güte! Du meine Güte! Igitt! Das stinkt nach Schwefel! Ene mene Backenzahn! Schwarzer Rabe sei ein Hahn! Ich geh da jetzt rein! Die jungen Hexen Bibi Blocksberg, Schubia Wanzhaar und Flaui Paui sollen unverzüglich zu meinem Haus kommen! Mania! Leer! Du meine Güte! Da hängt ein Schlüssel drin! Den nehme ich mit! Tante Mania ein Schlüssel! Ich geh da jetzt rein! Tante Manias Besensammlung! Tante Manias Besensammlung! Tante Manias Besensammlung! Da fehlen aber viele Seiten! Tante Manias Besenammlung! Tante Manias Besenmussbergorn! Mist! Da ist ein Hex-Ring gelegt! Tante Manias Besensammlung! Tante Manias Besenmussberg, Schubia Wanzhaar Keiner kommt mehr an dich ran. Das schaffe ich nie. Ganz schön chaotisch. Das schaffe ich nicht. 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 Endlich. Das schaffe ich nicht. 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 Der Superhex-Spruch. Ene mene Höllenpein, weiche von dem harten Stein. Gib diese Hexen wieder frei. Deine Wirkung ist vorbei. Hex, Hex! Ich war vor mehr als 30 Jahren zum letzten Mal gesteinert. Ich werde nie mehr einen Hex-Spruch ohne meine Brille lesen. Hexen und Junghexen, gleich wird es dunkel. Eine schwierige Aufgabe steht uns bevor. Wir werden gemeinsam den Hex-Spruch wiederholen, um die freigelassenen Hex-Sprüche für die nächsten 777 Jahre zu bannen. Abera Kadabara, achtmal acht. Wir brauchen alle heute Nacht. Dreimal die sieben ist die Zahl. So lange wird es dieses Mal. Sechs Hexen stehen hier zusammen, um alle Sprüche jetzt zu bannen. Abera Kadabara, Polloi Logoi, Vabeda. Ene mene ungezogen, falsch gesprochen, bereist gelogen. Ene mene Hexereien, alle in der Kugel seien. Hex, Hex! Tschüss Leute und danke für eure Hilfe. Bis zu meinem nächsten Abenteuer. Bibi Vlogsberg Bibi Vlogsberg Bibi Vlogsberg